Und hier bin ich wieder bei Yu-Gi-Oh! Heute ist ein XXXXXXXL-Part angesagt, denn wir werden mit jedem Structure-Deck ein Duell jetzt bestreiten, damit wir eins für unser Deck freischalten können. Gut, natürlich speichern wir erstmal, wir gehen zuerst in den Kartenladen. Ähm, machen wir einfach mal durch Sicherheit einfach mal so den Save, weil das kann schon lange dauern. Okay, hey, möchtest du ein Structure-Deck-Deck-Deck? Ja, natürlich. Und ich muss husten, also mit dem Deck haben wir schon. Nehmen wir mal Zombie-Madness. Ich habe zweimal versehentlich gestoppt, weil ich husten musste. Einmal zu viel Air-Dragons-Rohr genommen, wie ihr sehen könnt, ein Drachendeck. Ja, und jetzt, los geht's, ey! Oh, si, Senior! Gut, wir haben ein Zombie-Deck. Heißt, können wir auch schon aus dem Namen Zombie-Madness ableiten. Ähm, das Deck spielt auf Spezialbeschwören vom Friedhof. Oder, ich sag mal, insgesamt auf Spezialbeschwören oben. Ähm, Pyramidenstückkröte natürlich verdeckt erstmal. Damit können wir Rheokokki holen, wenn es zerstört wird. Und ja, irgendwie flackert es jetzt bei mir so. Hoffentlich hat es dann keine Auswirkungen auf die Aufnahme. Wenn nicht, tut mir das leid. Aha, er fährt es aus dem Spiel. Kann man natürlich machen. Aber das raubt den ganzen Spielspaß. Da hat man die Kombi ruiniert. Ja, das kann man uns direkt angreifen. Weil wir nichts mehr auf dem Feld haben. Ähm, das ist aber nicht schlimm. Wir, ist nicht schlimm. Wir haben Zeit. Ist mein Standardspruch. Wir haben Zeit. Wir haben Karte, das ich ja wieder hätte gezogen. Immer wenn wir eine Karte vom Friedhof Spezialbeschwören, ähm, dürfen wir eine Karte ziehen. Gut, äh, spielen wir unsere Mumie mit 1800 Angriffspunkten. Stärker als ein maskierter Drache. Und wir können ihn natürlich angreifen. Wir haben ja keine andere Wahl. Und er muss wieder husten. Oh mein Gott. Gut, er hat jetzt sich einen maskierten Drachenlevel 1 geholt. Der wird in seinem nächsten Zug, ähm, verändert sich seine Stufe. Und er hat dann maskierte Drache Stufe, ne, bewaffnete Drache Stufe 5 holt er sich jetzt. Das ist eine Kombi. Die ist ganz gut. Natürlich wird er uns angreifen, glaube ich. Ja, macht er. Mh, ja, und das ist schwächer. Das heißt, wir können uns auch nicht verzeigen. Also wird es zerstört. Jetzt haben wir 6000 Lebenspunkte, exakt. Und, ja, warten wir einfach nochmal. Aha. Ähm, ja. Ja, gut, äh, ist dann gerade das beste, ähm, Skelett-Turm heißt die, glaube ich. Schicksal, ja, Waffenbestillstand. Alle Monsters werden aufgedeckt. Und, ähm, ich kriege 1000 Schaden. 500 pro Effekt-Monster auf dem Spielfeld. Und da es zwei waren, kriege ich 1000 Schaden. Außerdem werden Flip-Effekte nicht aktiviert. Oh Gott. Jetzt gibt es ein Monster noch durch die Verteilung. Dazu stelle ich auch gleich seine zweite, äh, seine andere Falle oder Zauber, was weiß ich. Aha, es war Fallenfalle oder wie die heißt. Fallenfalle, Fallenbetäubung, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, stoppt es die Aktivierung einer Konterfalle. Oder? Stimmt das? Aktiviert, ja, wenn einer in seiner Battle-Phase eine Falle aktiviert, okay. Ah ja, wir haben Pyramidenschildkröte gezogen. Das ist eine super Option jetzt, da können wir ihre Kocke beschwören, wenn es, ähm, zerstört wird. So, mal schauen, was jetzt kommt. Er zerstört unsere Pyramidenschildkröte. Das hat sich auch erwartet. Es geht wieder durch die Verteilung, weil es eine Falle in der Ausrüstung war. Aber jetzt kommt das Positive an unsere Monster. Wir können jetzt ein Monster beschwören von unserem, äh, Feuer, von unserem Deck. Ähm, natürlich nehmen, wir nehmen uns mal Double Cost Turn. Aus dem Grund, weil wir dann diese hier spielen können, weil diese Karte zählt als zweifache, ähm, Tributbeschwörung. Jetzt holt er sich noch ein Monster zur Verstärkung und es lag, glaube ich. Ja, egal. So, jetzt sind wir wieder dran. Wir können unser Monster opfern, da es als zwei Monster zählt. Sein Effekt ist, können wir sie jetzt auch spielen. Es kommt unsere, ähm, ja, Buch des Lebens, heißt die. Wir holen uns, ähm, unsere Pyramidenschildkröte wieder zurück. Und können eine Falle, äh, Monster von ihm aus dem Spiel nehmen. Wir nehmen natürlich einen bewaffneten Drachen von ihm. Und spielen ihn in Angriffsposition. Na, jetzt, am Leck so. Und jetzt kriegt man eine Karte, wegen unserer Zauberkarte. Kreaturentausch. Das passt ja. Gut, spielen wir sie auch gleich. Geben ihnen unsere Pyramidenschildkröte. Ähm. Zerstören mit Schimmerdache unsere Pyramidenschildkröte. Ähm. Da es auf unserem Friedhof jetzt landet, aktiviert sich der Effekt wieder für uns. Und wir können Reokokki beschwören. Nein, wir beschwören Vampirlord. Ähm. Jetzt greift das Monster ihn, sein bewaffelnden Dachen an. Er verliert wieder 400. Und das kann ich ihn direkt an. Vampirlord. Der Effekt von Vampirlord ist, können wir eine Zauberfalle und eine Monsterkarte von ihm, ähm, sagen, also, ja, wählen. Und der muss, ähm, ähm, also, der muss jetzt eine von diesen, einen, ja, wie soll ich sagen, also, wir wählen jetzt einen von diesen drei Kartentypen. Und der muss eine von seinem Deck aus dem Spiel, äh, auf dem Friedhof legen, egal welche. Da ich so kein Fan von Zauberfallenkarten bin, soll er mal eine Falle auf den Friedhof schmeißen. Und wir beenden unseren Zug. Gut, jetzt ist er wieder dran. Oh, nein. Schnappstall. Er kontrolliert unser Monster. Aber dafür kriegen wir in jeder Runde, ähm, tausend Lebenspunkte. Na ja, ist nicht schlimm. Das gleicht sich dann wieder aus später. Ja, okay, wir haben eine Mumie gezogen. Jetzt nennt sie gerade der Hammer. Ähm, ja gut, wir müssen diese hier spielen. Ist zwar ein Spirit-Monster, aber der Effekt von diesem Monster ist, es zerstört alle offene Monster auf dem Spielfeld außer diese, glaube ich, oder? Ja. Ja, dazu zählt auch die, dieses Monster, was, ähm, er kontrolliert hat von uns. Das greifen wir ihn direkt an. Zack. Das lebt sie mit seinen Lebenspunkte auf 2300 und wir beenden unsere Runde. So, das ist ein Spirit-Monster, jetzt kommt es wieder auf unsere Hand zurück. Jetzt ist er wieder dran, er kann uns direkt angreifen und das macht er auch. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wir haben noch 1700 Lebenspunkte, das können wir noch erleiden. Jetzt sind wir wieder dran. Adelige Ausflüschung haben wir gezogen. Ich spiel mit der Vampir-Lady. Hat 50 Punkte mehr als sein Monster. Und der Effekt von Vampir-Lady ist der gleiche wie Vampir-Lord. Wenn er ihm in Kampfschaden zufügt, muss er wieder eine Karte auf seinem Friedhof legen. Und wir nehmen jetzt diesmal wieder eine Falle, damit er keine Verteilung mehr hat. Was hat er auf dem Friedhof geschmissen? Mal schauen. Drachen. Ach, die mach ich mal weg, die. Das kann... Ja, okay. Ich glaube, er kann eine Feinkarte von uns annulieren, die uns vom Typ Drachen betrifft. Okay, Endphase. Und ich muss wieder husten. Unglaub. So, oh man, schwerer Sturm. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. So heftige Karten hatten wir auch nicht. Er spielt Topf der Gier. Der zieht zwei Karten. Ja, er hat aber kein Monster gezogen. Hm, schade, dass wir Vampir-Lord nicht mehr draußen haben, weil die können wir nur mit Vampir-Lord beschwören als Spezial. Naja, ich glaube allerdings, dass er jetzt Ding gespielt hat, ähm, reißende Tribut. Ähm, da ich nicht, da ich nicht riskieren will, greife ihn einfach mal an. So, und er muss wieder eine Karte auf sein Friedhof schmeißen. Und ich sage wieder natürlich Fallenkarte. Langsam kommen richtig die Guten von ihm. Flucht des Anubis. Ähm, der Effekt von Flucht des Anubis, wenn eine Zauberkarte, eine Zauberkarte oder Fallenkarte von ihm betrifft, wird dieser Effekt annuliert und wir... Und alle unsere Monster werden zerstört. Und unsere Monster, ähm, kriegen... Wie soll ich sagen? Ja, wir kriegen 500 Lebenspunkte abgezogen. Oh Mann, jetzt zerstört mit Vampir-Lady unser Monster, da sein Monster wieder war und auf seinem Friedhof landet. Ruf zu sich seinen doppelköpfigen B-Mod. Ja, wir haben jetzt zwar nur noch 200 Lebenspunkte, macht allerdings nichts. Denn, ähm... Wir haben immer noch T hier. Und die ist natürlich stärker. So, da ich kein Fan davon bin, dass er unsere Monster kontrolliert, ähm... Jetzt erstöre ich mal seinen, äh, so unsere Vampir-Lady. Und hat damit 450 Lebenspunkte noch. So, jetzt hört's spannend, langsam. Denn im nächsten Zug können wir unser Monster beschwören. Ah, alles bloß ich die... Ich hab gewusst, dass die irgendwie noch verwendet wird. Okay, ich glaube, jetzt verlieren wir sogar. Ah, das ist... Jetzt haben wir verloren. Euch können das aber nicht stören, denn wir machen... ...heute alles in einem Part. Und egal, wie viel... ...wie lang wir brauchen, wir machen alles in einem Part. So, jetzt machen wir's einfach mal nochmal. Okay, er hat dasselbe Deck genommen wie uns. Das könnte interessant werden. Äh, und er hat auch dieselbe, ähm... Er hat auch Papier genommen, sagt mir so. Alter Nachmacher. Man sagt ja, Nachmachen sei die größte Form des Schmeichelei. Die Karte wird ihm nicht zu viel bringen. Und die drei, äh... Ja, gut, spielen wir schwerer Sturm auf jeden Fall. Erstmal müssen wir ziehen. So, äh, Bash mit seinem Felderspare weg. Egal, was er hat. Ja, gut nachladen. Ähm, ist nicht so die Hammerkarte. Er kann die Karten wieder auf sein Deck zurücklegen und drei neue ziehen. Staubtonade hat der, okay. Also hat er keine heftigen Karten. Das heißt, die heftigen müssen noch in seinem Deck liegen. Nun gut, spielen wir Pyramidische Kröte in Angriffsposition und, ähm, Zwangsevakuierungsgerät und greifen ihn natürlich an. Ja, jetzt habe ich reingehustet. Sorry dafür, aber ich habe jetzt keine Lust gehabt, das jetzt extra zu pausieren. Weil das nervt euch wahrscheinlich sicherlich mehr als mein Gehustet. Aha, Meister Konji. Ein normaler Pok- Äh, Pokémon ist klar. Ja, normal Pokémon gibt's. Nun gut, der kannst du ruhig zerstören. Mich stört's nicht. Dann kriegen wir halt wieder ein stärkeres Monster. Und natürlich nehme ich den Vampirlord, den guten alten Vampirlord. Der, ähm, hat diesen schönen Effekt des Deckauslöschens. So, begrüßt den Vampirlord. Ähm, aha, so macht das also ja auch. Ja, geht, äh. Na, das lasse ich nicht zu, das lasse ich nicht zu. Da gebe ich mein Monster lieber auf die Hand zurück. Hehe. Und wir kriegen... ...sein Monster. Danke dafür, oder? Ne, geht gar nicht mehr. Naja, aber lieber zerstört er... Ne, lieber... ...bringen wir unser Monster wieder auf die Hand zurück, als dass er es zerstört, so. Und jetzt machen wir's ganz fies, wir spielen Schnappstahl. Und... ...sein Monster... ...hä, opfern ist dann... ...für... ...da, da, 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 daaa, Vampirlord. Öfff, ja, greifen wir einfach mal an. Wir haben zwar noch Buch, der ist, äh, Dings da, Dings da, die heben uns aber auf. Aha, heh, he, kommt wieder auf die Hand zurück, ist der XD. Okay, dann spielen wir's eben jetzt, da. Rufen uns die Pyramidenschrittkröte in die Verdeckte Und entfernen natürlich seinen Monster Zack Angreifen können wir nicht mehr, da die Battle Phase vorbei ist und N-Phase So, jetzt ist er wieder dran Mann ist sehr gierig, er zwiegt zweimal und überspringt seine nächsten zwei Zielphasen Könnte gut für uns sein, weil dann könnten wir ihn vielleicht direkt angreifen Er hat einen Verdeck gespielt, vielleicht um uns abzuschrecken, ich bin mir ganz sicher Aber spielen wir Vampirlord natürlich, er kann ihn nicht mehr ziehen Na, jetzt hier So, okay Wenn der Angriff klappt, dann haben wir gute Chancen und wir können sein Deck sehr gut dezimieren Da war ein Zombie-Deck, der würde sehr viel auf Zauber spielen, also zerstöre ich seine Zauberkarten diesmal Und beendet unseren Zug Er kann nicht ziehen, weil er seine Tourkönigier gespielt hat Okay, jetzt sind wir wieder dran Hm, langsam wird's interessant Wir spielen unsere Mumie Wir rufen ihn mit Vampirlord Direct an Zack Und wir stellen wieder eine Zauberkarte von ihm Aha, er hat Nachladen, wieviel Nachladen hat er in seinem Deck, okay Hehehe, enden Dann greift mir noch einmal Deck an, er hat nur noch 1000 Ähm, hat jetzt nur noch, ja, 1000 Und wir beenden unseren Zug, ich glaube jetzt kann er wieder ziehen, kann es sein Nein, er kann immer wieder ziehen, das ist gut für uns Das heißt, wir werden jetzt gleich gewinnen Juhu Dann zeige ich euch mal das stärkste Monster in dem Deck Vampir Genesis Wir müssen unseren Vampirlord aus dem Spiel entfernen Und können den da spezialisch werden Geht allerdings nur, wenn wir Vampirlord aus dem Spiel entfernen Bei anderen Monstern geht es leider nicht So, der Effekt von diesem Monster ist Ähm, wir können einen Monster von Typ Zombie abschmeißen von unserer Hand Und, ähm, können einen Monster beschwören Ja Spezial Gut, äh, und wir können noch eins spielen Als Normalbeschwörung Und greifen wir ihn mit Und dann war Pier Genesis direkt an BAM Gut, mit dem Deck hätten wir es geschafft Ja, wir haben gewonnen Die Mitte-Typ-Deck, okay Ja, gut, ähm Dann machen wir es mal nochmal Nehmen wir diesmal das Dragonstrower-Deck Er nimmt sein, ähm, Magie-Deck Spielt aufs Zauber-C-Marken Nun gut Äh, ja Komm schon, entscheid dich mal Endlich Ja, wir fangen als erster an Weil das Drachendeck, ähm Sehr auf Angriff spielt Wäre es vom Vorteil, wenn wir direkt, äh, als erster beginnen Wir haben Top-4-G gezogen Ja, spielen wir den einfach mal Und jetzt kommt nachladen Schatz, so fun Äh, mal schauen, wie sie alles ziehen Ja, ähm, ja Hätte es los, der war es glaube ich gut Maskiert, der Drache verdeckt Und, ähm, Diesel verdeckt Und Endphase So Ja, spielt auch nachladen Ähm, ja Gut, er kriegt jetzt 500 Lebenspunkte Wenn eine Zauberkarte aktiviert wird Ja, er zerstört unseren Ja, unseren Drachen Holen wir uns einen Ja Holen wir uns einen zweiten maskierten Drachen wieder Wir hätten uns auch bewaffneter Dache Level 1, äh, Level 3 holen können Aber egal So ist es natürlich auch gut Ähm Okay, wir können zwei Level-Monster von unserem Friedhof auf die Hand nehmen Oder jetzt so winstig, weiß gar nichts So, stampfende Zerstörung hat den Effekt Wenn ein Drachenmonster auf dem Spielfeld liegt, können wir eine Zaubererfeinkarte von ihm zerstören Und er kriegt 500 Lebenspunkte als Schaden Zugehint Na gut, er spielt jetzt die magische Dimension Der Effekt von dem er kann sein Monster opfern Unser Monster zerstören Und an einem Monster von seiner Hand speziell beschwören Da ich unser Monster retten will, kommt es unsere Falle Entfernt es für einen Zug aus dem Spiel Und kommt dann in unsere Endphase wieder Er ruft einen dunklen Magier Oder schwarzer Magier, wie auch viele sagen Freut mich, wenn wir spielen jetzt einen Elementar-Drache Ähm, spielen natürlich die hier Kreaturentausch Ich wollte schon immer mal einen Magier, äh, also einen schwarzen Magier haben Ähm, und greifen ihn mit schwarzen Magier, ähm Seien unseren, seien unseren Drachen an Egal Und wir sind fertig Jetzt kommt unser Monster wieder zurück Durch den Effekt unserer Falle Und Abby ist wieder dran Ähm, okay Jetzt liegen wir wieder dran Ähm, er hat nur Monster-Vertack gesetzt Keine Ahnung Ähm, ja Verteilungskraft von Magier-Monstern Naja, ist nicht so besonders hoch, würde ich sagen Und ich hatte recht Das können wir ihn direkt angreifen Juhu Aber er kann, ne, kann man nicht Okay Er hat sich Magier des Glaubens, ähm Oder Fade, keine Ahnung Glaubens-Fertional Effekt von der, ähm, wenn die geflippt wird Kann er eine Zauberkarte aus seiner Hand nehmen Und wir sind fertig Gut, er ist wieder dran Ja, er spielt die Zauberkarte, die er sich zurückgeholt hat Kein Problem, wir haben unsere schwere Sturmkarte Das wird so, ähm, einiges verändern Ahaha, okay Ähm, ja, wir entfernen seinen Monster aus dem Spiel Durch unsere Zauberkarte Und tschüss Er kriegt zwar 500 Lebenspunkte Na, wir hätten zuerst wieder Sturm spielen sollen Aber egal Bash mit seiner Zauberkarte weg Und zwei direkte Angriffe, bitte Schwarze Magie-Attacke Und hier noch, äh, Feuerball-Kacke, äh, Attacke Und M-Phase Gut, er hat 2000, ja, Ausrede Und er zahlt, ähm, 8.000 Lebenspunkte Er holt sich ein Monster aus dem Friedhof zurück Als Ausrüstung wird's dann behandelt Aber der Nachteil ist, wenn die Ausrüstung zerstört wird Oder doch das Monster zerstört Ich hab keine Ahnung, warum die verboten ist Ich finde, die sollte man zweimal in den Stack reintun Weil die ist deutlich besser als Wiedergeburt Äh, deutlich schlechter als Wiedergeburt Und, ja, man muss Lebenspunkte zahlen Und es wird als Ausrüstung bezahlt Also behandelt Das sind klare Nachteile Scheiße, ich hab mir das falsche Monster gewählt Ich wollt eigentlich bewaffnete Drache holen Naja, macht nichts Gut, wir sind dran Dann werden wir schon vom Teufel reden, okay Ja, diese Sache, Level 3, äh Ja, gibt's nicht viel zu sagen Einfach direkt angreifen Und, ja, dann müsste wir's schon gewonnen haben So, und Ende Im Gelände You will You will We are to Fight Ja, ja Gut, aber das war noch nicht alles Nicht einmal annähernd Es kommen noch viele weitere Ziele Denn jetzt kommt, ähm, Fury von The Deep Keine Ahnung, was es auf Deutsch heißt Von der Tiefe irgendwas Fury, weiß ich nicht Äh, ja, spielen wir auf Verteidigung dieses Mal Bei, ähm, das Wasserdeck, was wir jetzt haben Spielt auf Verteidigung Und mal schauen, was er Macht mit seinem Deck Gut, wir haben einen Top der G wiedergezogen Gleich im ersten Zug Schön, schön, schön Die holen wir uns so gleich Die zwei Zauber Oder, äh, die zwei Karten Aha, okay, spielen wir Omi Effekt von Omi, ähm Er wird die Angriffspunkte Und Verteidigungspunkte aller Wassermonster um 200 Außerdem wird die Stufe aller, ähm Monster vom Typ Wasser gesenkt um eine Stufe Damit haben sie jetzt Stufe 3 Setzen wir jetzt noch die hier verdeckt Und der Effekt von dieser Karte ist Er kann direkt angreifen, wenn Omi auf dem Spielfeld ist Gut, Zielbexammler ist auch eine fiese Karte Damit können wir zwei seiner Zauber-Feinkartenfelder, ähm, blockieren Ja, und wenn er angreift, aktivieren wir unsere Falle Und da können wir unsere Monster wieder angreifen Weil wir haben nur Stufe 4 Monster auf dem Spielfeld Oder im Deck, sagen wir es so Oder fast nur Stufe 4 Monster Und da die Stufe aller Monster gesenkt wird Alle Wassermonster, ähm, haben sie Stufe 3 Und dadurch könnten sie angreifen Das ist das fiese an Ach, es werden gar keine Oh, Mann Nein, 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 oh Mensch Jetzt müssen wir unsere Falle weh Jetzt müssen wir unsere eigene Falle Okay, ich hab Mist gebaut Sorry, wir können nur, ähm, verdeckte, äh, Karten von ihm blockieren Hat der Kevin wieder einen Fehler gemacht Seufz Naja, egal Solange wir Omi auf dem Spielfeld haben Habe ich keine Angst Greifen wir ihn an So Und jetzt hat er mit 1600 greift Jetzt seinen bewaffneten Drachen an, okay Naja, falls es seinen bewaffneten Drachen Äh, maskierte Drachen haben wir ihn zerstört, sorry Falls es seinen bewaffneten Drachen eingespielt haben Wir haben noch die hier zerstört Das Monster auf dem Spielfeld mit der höchsten Angriffskraft So, jetzt ist er wieder dran Er holt sich, ähm, ein Monster von seinem Friedhof wieder Er holt sich seinen bewaffneten Drachen wieder, okay Okay Ähm, der Effekt von dem Monster ist Wenn es geflit wird, kann er eins unserer Monster zerstören Ähm, oh nein Jetzt zerstört er unsere Spielfeld-Zauberkarte und holt das Mausoleben des Kaisers Effekt von dem Monster Jetzt kann er 2000 Lebenspunkte zahlen Und ein Monster, das, ähm, eigentlich, ähm Für was man zwei Stufen, ja, zwei Monster opfern würde, ähm, beschwören Jetzt zerstört er unsere Monster mit seinem Engel Okay, jetzt kriegt er die Lebenspunkte unseres zerstörten Monsters Äh, jetzt kriegt er die Angriffspunkte unseres zerstörten Monsters als Lebenspunkte Äh, holen wir uns einen zweiten Das ist nämlich der gleiche Effekt wie maskierte Drachen Müsst ihr euch so vorstellen, bloß mit Wassermonstern Äh, er macht Doppelkill Also so wird es uns jetzt, so wird es uns nichts weiterbringen Nun gut, er holt sich ein weiteres Drachenmonster Wir holen uns einen weiteren Grizzly Ist mir eigentlich egal, ob er sich noch einen holt Ähm, wobei, die ist eigentlich besser, ne? Die kann zweimal angreifen, wenn Umi auf dem Spielfeld liegt Gut, und seine Monster sind schwächer Also, ja, wird es sich ein Angriff nicht lohnen So, jetzt sind wir wieder dran Wir haben wieder Umi gezogen Das ist genau die Karte, die ich mir jetzt gewünscht hatte Zerstören wir aber erst seinen Engel durch Hammerschlag Und zerstören sein Mauselirm des Kaisers Jetzt ist unser Spielfeld wieder auf dem Aufgedeckt, ja Jetzt kommt, ähm, Reparieren Jetzt können wir zwei Monster vom Typ Wasser Von unserem Friedhof auf die Hand nehmen Wir holen das Butter Grizzly und den hier Amphibischer Burgog MK3, keine Ahnung Wieder zurück Äh, den spielen wir Ja, ihren Effekt kennt ihr Er kann direkt angreifen Und dieses Monster kann zweimal angreifen Gut, dann nutzen wir es auch gleich zu unserem Vorteil Ach, der hält Stufe 7 Schnell zerstören damit Ich kenne den Effekt von dem Monster nicht So, jetzt kann er nochmal angreifen So fügen wir ein erstes Mal Schaden zu Kampfschaden Regulären Da sein Monster geflit wurde und in Angriffsposition war Und der würde es jetzt beenden Indem wir ihn einfach direkt angreifen Zack Und wir haben gewonnen Juhu Und zwar, ja, haben wir es ihn genau auf Null gebracht, seinen Lebenspunkt Das ist ein Bonus Äh, und ich mach mal kurz, ähm Ne, mach ich nicht, ich mach keine Pause Weiter geht's Wie viele Decks sind es denn noch? Ah, genug, wir haben noch genug Zeit Oh, vielleicht mach ich heute nur die Hälfte Dann kommt die andere Hälfte morgen Weil das wird, glaube ich, ein bisschen viel Ach, wir werden es sehen Okay, nehmen wir mal das Kriegerdeck Das ist auch ganz nett Das hatte ich mal in Real Life auch Allerdings, ja War ich da noch ein Noob, wo ich es gekauft habe Aber jetzt habe ich Tödliche Kombos mit dem Deck Die echt krass sind So, also mit dem Deck bin ich am besten, würde ich sagen Aha, okay Ähm, spielen wir erst mal die hier Verdeckt Der Effekt von der Ähm, alle Feinkarten-Effekte werden annulliert Ähm Ja, spielen wir noch die hier Die können auch nützlich sein Und Spielen wir erst mal, Monster zu verteidigen Da wir noch nicht angreifen können Haben wir noch keine, ähm Ähm, dürften jetzt Ähm, müssen Sollten wir jetzt keine Extrem starken Monster spielen Weil er hat bestimmt, ähm Wird sein Schlag oder sowas Irgendwie standt hat er davor Naja Okay, spielen wir unsere Falle Niemand kann fallen Karten aktivieren Muhahaha Ich geb mich sicher an Typhoon Oh Gott, jetzt zieht zweimal Meine Fresse Ah, lange Weile Mich doch nicht Langweil mich nicht Sonst kriegst du auf die Fresse Äh, äh Gilford, unsere stärkste Kadamme gezogen Okay, dann spielen wir erst mal Den hier Der Effekt ist Kann man ein Monster von dem Krieger Mit Stufe 1 bis 4, ähm Spezial von uns anbeschwören Wir haben Matasa, der Zapper Äh, der Effekt von Matasa, der Zapper Kann zweimal angreifen Das ist natürlich super Weil wir jetzt seine Lebenspunkte direkt angreifen So, einmal Zweimal Äh, auch in der direkt Kredek ist allerdings meines Erachtens nicht das beste Deck Weil es gibt viele Karten, die, ähm Ausrüstungszauberkarten zerstören Wie zum Beispiel, es gibt so Karten, die setzen dein Monster in die Verteidigung Oder, ähm Karten, die zerstören Ausrüstungszauberkarten Oder allgemein, dass die Zauber- oder Fallenkarten zerstören Also, ja, das Kriegerdeck ist nicht das beste Okay Äh, ja Spielen wir den verdeckt Den müssen wir verdeckt setzen Das ist sein Effekt Wir können ihn nicht normal in Angriff beschwören Greifen wir ihn direkt an Mit Matasa, der Zapper Und noch einmal Werden alle Angriffe richtig sind Dann müssten wir, glaube ich, gewonnen haben Oder kann das sein? Ne, er hat ja noch 400, okay Nun gut Er hat daneben eben nur noch 400 Und wir sind fertig Der Effekt von letzter Karte ist Wir können eine Ausrüstungszauberkarte vom Friedhof Auf die Hand nehmen So, was ist er wieder dran So wird er nicht gewinnen Also, haha Ja, gut Ich hätte mehr erwartet Aber greifen wir ihn einfach an Was soll's Zack Und gewonnen Schnelles, leichtes Duell Ich habe verloren Nun gut Ähm, ja Gut Wie viel sind's noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Äh, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ich habe mal 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 Das ist denn sonst wieder am 8, ne? Dann machen wir noch 4 Structure Decks Duelle Und ähm Dann mache ich Schluss Weil ich habe irgendwie Schiss Dass es jetzt irgendwie jetzt Nicht richtig aufgenommen wird Und dann muss ich die ganze Chance nochmal machen Und darauf habe ich keine Lust Also machen wir noch 3 Structure Decks Äh, und dann gibt es den nächsten Part morgen Ich wollte jetzt eigentlich einen XXL Part machen Aber Ne Sicherheit geht vor Und ja Na, jetzt was los Gut, wir ziehen Ähm Ja Außerdem habe ich jetzt auch noch nicht so viel Zeit Ich muss doch im Moment, ich muss kurz Schluss machen So bin ich wieder Ich habe eine Pizza Geholt Also Ja, meine Mutter hat mir eine Pizza gegeben Sag mal so Ich steige mir jetzt mal ein Stückchen ab Ja, was ist falsch mit ihr? Hallo! Ach egal, ähm Spiel wir einfach mal weiter Ähm Ich werde dann wahrscheinlich was essen können Wenn der Gegner dran ist Wie zum Beispiel Ach so, wir kriegen eine Zauberzähne Marke Na gut Ach, wir haben jetzt diesen Marke Fällt mir gerade auf Okay, dann setzen wir einfach die zwei verdeckt Und beenden unseren Zug Und ja Ich mache mir meine Pizza Ihr hört uns wahrscheinlich im Wie ich meine Pizza jetzt gerade schneide Deckelecker Pizza Pizza Jetzt Ist ganz schön schwer Beim Schneide Ich glaube ich schmeiß meinen Ich reiß jetzt mal den Deckel ab Weil der ist einfach nur stressig Oh, ich tue es unklappensgedenk Nichts auch Was hat er da aktiviert? Äh Ja, okay Hydrogerder Und alles hat das Dinosaurierdeck Ja, meinetwegen Kann noch was machen Jetzt sind wir dran So, ich schneide jetzt noch ein Stückchen ab Moment Okay Und das hätten wir Ähm 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 Beim Netzpellen Pizza essen Ich weiß, aber egal Ich hab Hunger Hab heute noch nichts gegessen Außer ähm Also was gab es heute Viel Funktion ist eine Scheißkarte Aber okay Äh Wir können Achso Ja Wir können jetzt angreifen Okay Endphase Ich glaube ich stelle mein Mikro Ein bisschen Alles nicht Dass ihr mein Geschmack so richtig wettet Und auch ich bis dann ampisst Ähm 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 Oh oh Dies ist böse die Karte Kiegel nicht voll Oh Mh 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 Kiegel durch die Verteilung die Karte Mh Mh Kraft der Magie Juhu Juhu Nein, natürlich Annotieren wir unsere Effekte, die kriegen 800 Lebenspunkte 200 für jedes unserer Monster Ähm Ja Juhu 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 Ich kriege diesen Ziemark Nee, ich kriege nicht, okay Also der Effekt von der Ähm Moment, ich fahrs mal kurz ähm Ich mach mal kurz Pause und das ist meine Pizza Ich glaub euch nervt Bis gleich Gut und hier bin ich wieder Ich hab jetzt meine Pizza gegessen Pizza, 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 Pizza Okay, wir müssen uns verteidigen Wunder wir können angreifen Ja, statt nämlich die Zauberkarte Unserem Pik Äh, wie heißt die Pikero Aus Jetzt kriegt die ähm 500 Punkte für jede Zauber- oder Feinkarte Auf unserer Spielfeldseite Da wir Insgesamt 4 haben Kriegt unsere Pikero 2000 Angst und Verteilungspunkte hinzu Und ja Ich zerstelle mir einfach mal Ähm Seinen Finsteren Citriceratops Den hab ich zweimal in real Ähm Doppelkill, doppelkill Nee, mach mal kein Doppelkill Er kriegt sonst einen Hydro-Gallon auf die Hand Und das ist sehr ungünstig So Oh man Jetzt zerstört er unsere Zauberkarte einfach Okay, okay, okay Spielverderber Immerhin, ich denke, ich wäre so übermächtig dann Äh, Spitzenschlag oder äh, schwerer Sturm oder äh In dem Fall mystische Raumtreffung Seufz, annulier Ach, meine Musik ist zu laut, sorry Okay Ja, das hat dir kaum was gebracht Im Gegenteil, es hilft uns sogar Weil jetzt haben wir wieder eine Zählmarke Auf unserem Monster, wenn wir es beschwören Danke dafür Gut, ich bin mir einfach nochmal Kriegt eine Zauberzählmarke, juhu Jetzt entfernen wir sie und machen seine verdeckte Platz Es war Äh, er kann 5 von Lebenspunkte zahlen und ähm Den Effekt eine Zauberkarte annulieren und sie zurück auf die Hand geben Naja, okay, greifen wir ihn einfach ran Ähm 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 Das heißt, Ende der Phase Wir zahlen 800 Lebenspunkte Und holen unsere PKO wieder vom Friedhof zurück So, jetzt da Kommt die hier Wir zerstören unsere PKO gleich wieder Ähm Spielen die hier Und zerstören sein verdecktes Monster Oh man Ähm 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 Wir haben einen Fehler gemacht, okay Oder ich habe einen Fehler gemacht, in dem Fall Naja Macht nichts Und dann verteidige ich einfach mal Endphase Hm Ja 700 Schaden Das Ist gar nichts Okay, Musik ist ein bisschen einseitig, ich mach's mal weg Oh, legendäre Trio Musik Von Niamant, Pearl und Platin Na scheiße, was habe ich getan? Ich habe mich vertippt, sorry Ja, wenn wir diese Karte zurückholen, können wir keine Karte von uns am Deck ziehen So könnte man eigentlich den Deck tot verhindern, aber gut Ja, ja, ja Dann kriegen wir halt ohne Monster wenige Äh, ja Na gut Äh Erfahrene dunkle Magier, den spielen wir einfach mal Ähm, die haben dieselbe Angriffsstärke Allerdings, wenn der Gegner drei Zauberzellmarken Oder wir drei Zauberzellmarken haben, können wir unseren erfahrenen dunklen Magier Ähm, auch auf den Friedhof legen Und dann können wir den dunklen Magier beschwören Also einen schwarzen Magier Oh Mann Langweil mich nicht, bitte Du langweilst mich zu Tode Soll ich davon etwa Etwa ansässig werden? Nein, das mach ich nicht Nein, das mach ich nicht So Jetzt ist er wieder dran Er zerstört unser Monster Der Effekt von unserem Monster ist allerdings Dass wir ein Monster von unserem Deck auf die Hand glaube ich nehmen können Kann das sein Ich kenne den Effekt von dieser Karte nicht hundertprozentig Verdeckt auch aufs Feld Das ist natürlich super Okay, dann holen wir uns die verbotene Karte zurück Namens Magier des Glaubens Oder was weiß ich Gut, wir sind wieder dran Hä? Ah Ich lerne es nie Naja, egal Dann, ähm Ich muss kurz rechnen Was heißt hier rechnen? Wir müssen gar nicht rechnen Gut, dann machen wir es so Wir flippen unsere Magierin Holen uns natürlich Ähm Eine Karte für unsere Verteidigung hier Die einzige, die mir einfällt Ist die hier Denn wir können jetzt während zwei gegnerischen Züge lang Kann keinen Gegner angreifen Oder kann keinen Spieler angreifen So Ähm Jetzt ist er wieder dran Ich hoffe, die Verteidigung reicht fürs Erste Ich hoffe, er zieht nicht schwerer Sturm Oder irgendeine Zauberkarte Die unsere Auf dem Friedhof legen wird Gut, ein Zähler verbraucht sich Wir sind wieder dran Natürlich ziehen wir Einen neuen dunklen Magier Ich bin begeistert So, dann spielen wir ihn einfach mal Ich ist ja egal Fügen ihn wieder durch die Zauberkarte Schaden zu Unser Magier kriegt eine C-Marke Und wir beenden unsere Runde Und ich trinke mal kurz was Okay Unsere Zauberkarte wird zerstört Da ist jetzt für zwei gegnerische Züge lang Auf dem Friedhof Nein, nur muss ich wieder zurück Leck mich Oh je, oh je Die ist ganz okay Wenn eine Zauber 10-Marke Ähm Also eine Zauberkarte, die gespielt wird Kriegt die eine Zauber 10-Marke Und pro Zauber 10-Marke Kriegt die 500 Angriffspunkte Allerdings werden wir mit der Karte angreifen Wenn alle Zauberkarten entfernt Mut setzen wir unsere Magier des Glaubens In den Verteidigungspositionen Und machen einen Doppelkill Auch wenn ich es nicht Irgend unbedingt möchte Aber sicher Ist sicher Denn er hat bestimmt wieder In New York hier Oder irgendwas Fieses auf der Hand So ist es er wieder dann Fültbar Hammerkopf Oh, die Karte langweilt mich übrigens auch Habe ich euch das schon gesagt Naja, egal Hm Jetzt Was? Magischer Blast? Achso Aha Ja Ja, ein Phase Ähm, wir können zwar das Monster spielen, aber Ich möchte es noch Auf dem Spielfeld behalten Lieber kriege ich Lebenspunkte Schaden Als das Das Monster zerstört wird Gut, äh Es langweilt mich einfach Was er da jetzt treibt Hm Hm Ja, jetzt hat er die Lebenspunkte bekommen Die wir, äh Verloren haben Weißt du, weißt du was Das ist gar nicht so schlecht Wir holen ihn uns jetzt einfach mal Dann spielen wir unser Monster Also, ja Ähm Spielen die hier einfach Ich hoffe, das klappt jetzt Ähm Die will ich nichts spielen, weil sonst kriegt der unser Monster mit 2400 Angriffspunkten dann Das wäre nicht so günstig Äh, ja Notendphase Und alle EC-Marken werden entfernt Ach, wir hätten die noch nachträglich spielen können, aber gut Ja, es wäre gut gewesen, wenn wir die noch nachträglich gespielt hätten Ne, wäre nicht gut, dann hätte er Eine EC-Marke bekommen Oh, ich muss dauernd schniefen Scheiß, äh Erkältung Ähm Ja, gut Pfff Wir haben keine Wahl, wir können nichts machen Endphase Gut, er greift an Was zu erwarten Damit haben wir nur 200 Lebenspunkte Oh mein Gott Nein, den holen wir uns nicht vom Friedhof, sonst verlieren wir Schlaues Spiel Die wird uns helfen Denn wenn er angreift, äh, wird seine Angriffspunkte dem Gegner als Lebenspunkte abgezogen Okay, dann haben wir verloren Ja, übertreibst halt nicht Ja, komm, jetzt mach's halt umständlich Jetzt Oh mein Gott, er hat sich der Computer wohl einen Spaß erlaubt Naja Gut, ich wollte zwar heute einen extra langen Part machen, aber will ich jetzt doch nicht machen Sorry dafür Weil, ähm, weil, ähm, weil, äh, weil ich nicht nur so viel Zeit habe, sag mal so Gut, dann sehen wir uns halt morgen im nächsten Part wieder Bis dann, Servus wenn, ähm, weil, ähm, weil, ähm, aus ebliche Ideen